Hi! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wahnsinn! Heute ist der erste Advent. Die Zeit ist ganz schön verflogen. Aber jetzt beginnt die entspannte, die schöne Zeit mit Freunden und mit der Familie. Und was kann ich, Sascha Nylon, dazu beitragen? Ja, ganz einfach. Ich zeige euch das passende Outfit für die Adventszeit. Heute Hunkelmüller in Rot, BH und das Höschen und dazu haltelose Strümpfe, ihr glaubt es gar nicht, von C und A. Und ja, die haben richtig tolle Strümpfe. Denn ihr wisst ich liebe so große, breite Bändchen. Fühlt sich richtig toll an. Und sie glänzen so schön. Einfach tolle Nylons. Jetzt ziehe ich aber ganz schnell meine Heichels an. Denn sie machen so schöne lange Beine. Und ich zeige euch das ganze Outfit in voller Pracht. Na, habt ihr schon ein bisschen Adventstimmung? Noch nicht? Und jetzt? Das war mein Beitrag für die Adventszeit. Und jetzt genießt den Glühwein. Viel Spaß beim Fußballzuschauen. Und für alle anderen. Wir sehen uns auf OrniFans. Und ihr wisst ja, der Link ist da unten. Ich würde mich freuen. Bis dann.